Hallo, ich bin Jasmin von Stempel-Nochmal.de. Ihr solltet mittlerweile, beziehungsweise meine Kunden, sollten mittlerweile den Herbst-Winter-Katalog von mir bekommen haben. In dem Katalog gibt es einige Accessoires, die ich gerne aufteilen möchte. Ich habe schon oft gehört, dass meine Kunden zu viel in einer Packung sind oder dass eine Packung zu teuer ist, weil man jetzt nicht 24 Sachen von irgendwas braucht. Und da habe ich mir überlegt, dass ich das gerne für euch aufteilen möchte und in Tütchen abgepackt zum Verkauf anbiete. Und zwar machen vier Sachen mit. Einmal diese Lackpünktchen. Da gibt es normalerweise zwei solche ganzen Platten. Ich habe das jetzt hier nur schon durchgeschnitten. Das sind hier diese Halloween-Farben. Kann man natürlich auch für alles andere benutzen, aber dafür sind sie im Prinzip gedacht. Dann haben wir, wie ich finde, total süße Zapfen. Das sind solche Zapfen in Kupfer. Da sind in so einem Schächtelchen 24 Stück drin und die kosten irgendwas um die 9 Euro normalerweise. Dann haben wir hier Mini-Glöckchen. Da sind 60 Stück drin. 30 rot und 30 silberne. Die kosten irgendwas um die 5,50 Euro oder so. Die klingeln sogar, die kleinen Scheißerchen. Und dann zu guter Letzt haben wir hier so Anhänger. Das sind in so einer Packung 24 Stück, also von jedem acht. Es sind drei Motive dabei. Einmal so eine doppelte Glocke, dann hier so ein Zweig und so ein Lebkuchenmännchen. Und die liegen auch bei 10 Euro, knapp 10 Euro, 9,75 Euro. Und ja, wie gesagt, einigen ist das einfach zu viel. Und deswegen möchte ich da gerne ein Paket rausschnüren. Das sieht dann so aus. Das bekommt ihr hier in diese Tütchen. Und ihr hättet dann ein Viertel von so einer Packung von diesen Lackpünktchen. Dann bekommt ihr hier von diesen Figuren jeweils zwei. Zwei Männchen, zwei Glöckchen und zwei von diesen Zweigen. Ihr bekommt zehn silberne Glöckchen. und zehn rote Glöckchen und sechs von diesen Tannenzapfen. Das wäre also das Paket, was ich euch anbiete. Das Ganze möchte ich für 10 Euro verkaufen. Versandkosten kommt immer darauf an, wie viel von diesen Paketen ihr möchtet. Ihr könnt natürlich auch sagen, ich möchte das zwei- oder dreimal oder ich möchte es einer Freundin schenken oder ich möchte es in einem Weihnachtskalender, Adventskalender verteilen. Die Idee fände ich auch total süß, dass man sagt, für jedes Türchen irgendwie hier drei Zapfen oder weiß ich nicht, zwei Männchen oder so. Also da müsst ihr mir einfach sagen, was ihr wollt. Und dementsprechend liegen dann auch die Versandkosten. Wenn ihr einmal diese Tüte bestellt, dann liegen die Versandkosten bei 85 Cent. Ich habe versucht, das zu minimieren. Ich habe mir extra hier so kleine Täschchen bestellt, wo das dann am Ende reinkommt. Und ja, das ist also mein Accessoire-Share. Wenn ihr davon was haben möchtet, dann meldet euch bei mir. Ich muss natürlich erst mal wissen, wie viel ich jetzt von diesen Dösen hier bestellen muss, wie viele von euch mitmachen wollen. Ich kann jetzt nicht, weiß ich nicht, 50 von jeder Dose bestellen und dann habe ich hier bis in drei Jahren irgendwie Tannenzapfen liegen. Also ich muss schon wissen, wie viele mitmachen wollen und dementsprechend kann dann der Versand halt auch mal eine Woche länger dauern. Ja, wenn ihr davon was haben möchtet, meldet euch bei mir. Auf meinem Blog zeige ich euch auch nochmal Fotos. Ich versuche das mal ein bisschen genauer zu fotografieren. Hier im Video ist einfach jetzt nur die Erklärung, wo es drum geht. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.